Willkommen Leute, heute wieder zu dem Thema Produktrecherche und zwar heute wird das letzte Video in dem Bereich Produktrecherche. Ich habe euch die letzten 14 Tage, glaube ich jetzt 2 Wochen, immer Videos gezeigt mit verschiedenen Produkten, die ihr sourcen könnt, die ihr selber auf den Markt bringen könnt. Ich habe euch gezeigt, wo die Schwachstellen, wo die Stärken etc. und wie ihr in den Markt reinkommen könnt. Und wie gesagt, es macht das keiner in Deutschland, es ist halt schade, jeder ist auf den Ellenbogen-Mentalität. Und ich zeige euch Produkte, die ich selber auf den Markt bringen würde, wenn ich anfangen würde bzw. auf dem Level gerade bin, dass ich jetzt da halt noch nicht so viel Wissen habe und damit ich einfach reinkomme. Und zwar zeige ich euch alles einfach mit dem Tool von Jungle Scout und das würde ich euch empfehlen, euch das auch zu holen. Wie gesagt, es ist ein Tool, es ist ein Werkzeug, denn wenn jemand einen Tisch baut, hatte ich schon mal erwähnt, braucht einen Hammer und einen Hammer geht es nicht. Ihr müsst schon in euch investieren und in die Werkzeuge investieren, mit denen ihr arbeiten wollt. Wie gesagt, ich werde mehr Videos zu Amazon FD machen, generell zu dem Lifestyle auch, digitalen Normalen etc. Und zu dem Kurs auch, habe ich schon gesagt, von daher, wenn ihr euch auf jeden Fall selbstständig machen wollt, Online-Business, euch selbst praktisch für euch selbst zu arbeiten, ohne irgendwie um eine gewisse Uhrzeit aufzustehen oder irgendwas zu machen, worauf ihr keinen Bock habt und so langfristig euer Business aufbauen wollt, um unabhängig zu sein. Abonniert das Kanal, teilt das mit den Freunden und wollen wir jetzt nicht lang reden, ich zeige euch einfach mal ein paar Produkte. Wie gesagt, ich schaue heute richtig auf die Kacke und zwar sind es ein, zwei, ich glaube fünf Produkte und mit verschiedenen Varianten beziehungsweise verschiedene Städte gehen. Und wie gesagt, heute, wir haben gerade 14 Uhr, 11 Uhr, am 1. März, wie gesagt, ich hassele hier kein Karneval für mich, investiere erstmal so Zeit und damit ich langfristig, wie gesagt, diese finanzielle Sicherheit und Unabhängigkeit habe. So, das erste Produkt ist ein Christbaumständer und jetzt werden sich einige fragen, okay, warum Christbaumständer? Passt jetzt nicht, ist kein Weihnachten und zwar umso früher ihr anfangt, umso besser für euch. Ihr seht hier, es verkauft sich so gut wie gar nichts, aber ich beobachte das Produkt schon seit sechs Monaten und der fängt schon im September an, richtig Geld zu machen und zwar 100.000 pro Monat und jetzt ist er gerade bei 14k, aber das Produkt verkauft sich heftig an Weihnachten und ihr seht die Bewertung, hier hat einer zwei Bewertungen, ihr könnt ja so sehr simpel einsteigen und bis Dezember habt ihr dann auch genug, habt ihr auf jeden Fall genug, um da ein gewisses finanzieller beziehungsweise Umsatz schon generiert zu haben, also habt ihr auf jeden Fall vor der Kurve, es hat sogar noch eine Bewertung und das ist eine bestimmte Strategie, was ich vorhin am Anfang des Videos meinte, das würde passen. Es gibt manche Seller, die haben die Strategie, die verkaufen nur sensoriale Produkte, sprich Produkte für den Sommer, sage ich mal so Rettungsschutz oder so für die Kinder oder wie hier der Christweihnachtsbaum, das passt in Dezember, wie gesagt vom September bis Dezember, Januar ungefähr, aber Januar ist schon zu spät, aber wie gesagt September bis Dezember und verschiedene Seller haben diese Strategien, die verkaufen nur zu den bestimmten Jahreszeiten, Frühling, Sommer etc. Also das ist was, was ihr machen könnt, ich empfehle es später zu machen, wenn ihr schon generell ein Produkt habt, was euch Monat für Monat ein gewisses Einkommen einbringt und dann könnt ihr danach spielerisch, sage ich mal, nur sensoriale Produkte suchen und weiter euer Portfolio einfach erweitern. Einfach diversifizieren ist hier das Stichwort. Und zum nächsten Produkt gehen wir hier aus, auch sehr, sehr großer Wettbewerb, wollte ich euch einfach nicht vorenthalten, aber mit einer bestimmten Strategie, mit einem bestimmten Mindset und mit bestimmten Wissen könnt ihr auch hier erfolgreich sein und hier seht ihr, hier wird nicht rumgespielt, die ersten drei verkaufen jeweils 2000 pro Monat, also die drucken praktisch Geld, ungelogen, die drucken Geld, ihr seht ihr, der verkauft 100 am Tag und das ist auch eine große Firma, aber nichtsdestotrotz, wir haben noch ein paar FBler dabei. Wie gesagt, hier kommt einfach der Vorteil von Jungle Scout, wenn ihr das alles ohne Software, ihr würdet sowas nicht auf die Schnelle sehen und den Marktanalysen nochmal, der Link ist unter der Videobeschreibung, investiert in euch, ich kann es nicht oft genug sagen, weil ich habe innerhalb von Sekunden, da kann ich entscheiden, okay, lohnt es sich oder lohnt es sich nicht und wenn ihr das alles manuell machen würdet, ihr kommt da auf jeden Fall nicht klar, weil ihr habt nicht diese geballte Information in einem und auf einmal, das fehlt einfach hier. Aber wie gesagt, die Top 10, ihr müsst hier praktisch schon 19, also der ist ja der zehnte und dann der 63 Bewertung, sprich, wenn ihr unter den Top 10 sein wollt, müsst ihr 19 am Tag verkaufen, damit der Amazon Algorithmus aufmerksam wird, ich hatte das schon in den letzten Videos, falls ihr das nicht gesehen habt, einfach in den letzten Videos nochmal anschauen und dann zusehen, dass ihr die Bewertung auch hier übersteigt, nach und nach, ne, aber Amazon geht es darum, auch Geld zu verdienen, ne, wenn ihr Geld verdient, verdienen die auch Geld, sprich, wenn ihr dann 19 pro Tag verkauft und dann auch die Bewertung kommt nach und nach, wird der Amazon Algorithmus auf euch aufmerksam und sagt, okay, hier, den müssen wir auf jeden Fall weiter pushen und somit werdet ihr dann heuer geringt und könnt ihr noch mehr an Verkäufe und Umsatz und Gewinn natürlich exzellen. Also wie gesagt, Reinigungstabletten und das noch dazu, das ist ein Produkt, was sich nach und nach, die Leute werden sich immer wieder, immer nochmal, nochmal kaufen, nochmal kaufen. Das heißt, mit einer bestimmten Strategie könnt ihr das immer dafür sorgen, wenn ihr das dem Kunden so einfach wie möglich macht. Es gibt bei Amazon, bei den Listings teilweise, dass ihr das per Intervall kaufen könnt, alle drei Monate, dann kriegen die das automatisch zugeschickt und somit habt ihr einfach eine Kundenbindung, ne, kommen immer Cashflow, ne, Verkäufe, Verkäufe und es ist immer auf jeden Fall gut für euch. Wie gesagt, Produkte, die die Kunden immer wieder einnehmen, verbrauchen, das ist auf jeden Fall ein Jackpot, ne, weil, ähm, ähm, so eine Uhr oder so, Uhr würde ich jetzt nicht verkaufen, aber das kauft man einmal in fünf Jahren vielleicht, ne, und so ein Reinigungstabletten, man muss es immer sauber machen. Von daher auf jeden Fall ein Pluspunkt, wenn ihr dieses Produkt in euer Portfolio nehmt und, äh, es verkaufen wollt. Wie gesagt, langfristig mal nachdenken. Ich hatte schon mal gesagt, hier beim Monat, ich verkäufe, alle, die ersten Top 10 müssen 3000, äh, ergeben, damit, ähm, dieser Markt rentabel ist. Und wie gesagt, hab ich schon in den letzten Videos erwähnt, einfach mal die letzten Videos auch nachchecken und so auf die Schnelle seht ihr schon hier, die ersten drei verkaufen schon, ähm, schon 6000 allein die ersten drei, also hier ist der Markt auf jeden Fall sehr, sehr lukativ. Zu nächsten Banger, jetzt kommen wir zu den, ähm, wie seht ihr die sieben, und zwar einfach Clubliste würde niemand denken, aber ihr wollt Cash machen. Es geht hier nicht um sexy Produkte verkaufen, ihr wollt den 9-to-5 entfliehen, das heißt, ihr wollt diesen Hamsterrad entfliehen und einfach euch selbstständig machen und finanziell frei sein, damit ihr Sachen machen könnt, was ihr, äh, worauf ihr Bock habt und trotzdem nebenbei noch Geld verdient. Wie gesagt, unsere Clubürste, auf jeden Fall, ihr seht hier, ähm, ihr seht zig Leute unter, also hier haben nur zwei Leute über 100 Bewertungen, ansonsten die anderen unter 100 Bewertungen und hier sind auch FBLer dabei und klicken wir einfach mal bei dem einen FBLer mal rein, gucken wir, was, ähm, bei ihm so abgeht und ihr seht, je Monat für Monat verkauft er über 300, also ihr seht hier im Juli 2018 wohlgemerkt, hat er 295 Stück verkauft und es wird immer mehr. August waren es schon 300, 400 und es wird immer mehr und immer mehr und das meinte ich vorhin, Jungs, also, oder Mädels, je nachdem, aber, ähm, mit Jungle Scout seht ihr das auf die Schnelle sofort, ne, und mit den anderen, äh, wenn ihr das manuell macht, ich hatte da auch ein Video zu den 999, äh, Stück, äh, Trickmethode erzählt, da müsst ihr das immer eintippen und aufschreiben und so und so und mit Jungle Scout habt ihr das alles auf einmal und sofort und ihr könnt ihr auch, das Beste auch, ihr könnt ihr auch mit, äh, Google Trends und sehen, okay, wie, ist das ein sensionales Produkt oder ist das ein, ähm, ist das ein ganzjähriges Produkt, ne, und somit könnt ihr das gucken, ob passt das in meiner Strategie oder nicht, ich zeige das einfach mal ganz kurz, ihr geht einfach hier bei Google Trends und, ähm, dann auf die letzten 5 Jahre und dann nicht weltweit, sondern einfach Deutschland, schreibt ihr dort, mal kurz eintippen, de, da, Deutschland, was ist denn nochmal kommen, da, Deutschland, ja, Deutschland, genau, ja, hat er noch nicht, oh, nein, was will ich annehmen, da hat er Deutschland, so, die letzten 5 Jahre und da wird ihr euch ein Diagramm halt zeigen, wie sich das Produkt in den letzten 7, äh, 5 Jahren soll, ähm, verkauft hat und ihr seht, ihr über 25 ist immer gut, das heißt, das ist ein ganzjähriges Produkt, ne, im Gegensatz dazu kann ich euch nochmal einfach ein Beispiel mit dem Produkt zuvor, wo ich meinte, dass wir, ähm, ein sensionales Produkt, dann seht ihr einfach hier den Unterschied, ne, also Wissen ist macht, wenn man, und deswegen werde ich einfach in die, arbeite ich halt, äh, in diesem Video, ähm, in dem Kurs meine ich, damit ihr einfach diesen Vorsprung habt, denn Wissen ist einfach macht, ne, Krissbaum, Ständer, so, und somit könnt ihr auf die Schnelle schon mal, wenn ihr das Wissen habt, deswegen abonniert das Kanal, teilt das mit Freunden, schaut euch die Videos, gebt euch wirklich die Videos und das seht ihr. Und dann seht ihr einfach in den Diagramm die Unterschiede, ne, ihr seht hier August, September, hatte ich vorhin im Video gesagt, ne, also da hatte ich schon das Wissen, deswegen, ich hab euch gesagt, das Produkt hab ich schon seit Monaten, ähm, unter Beobachtung, deswegen weiß ich genau, hagenau, was hier passiert. Und, ähm, weil ich das selbst natürlich auch rein investieren würde. Ähm, September, und dann seht ihr, okay, November, sobald es an Weihnachten geht, der erreicht ist sein Höhepunkt, ne, das wurde gemerkt 2014, und dann hier fällt das, ne, ab Januar fällt das wieder. Das heißt, Jahr für Jahr passiert das. 2015, 2016, 2017, 2018. Deswegen, wir sind in einer digitalen Zeit, Wissen ist Macht und Daten ist wirklich das neue Öl. Und wenn ihr die Daten analysieren könnt, habt ihr langfristig auf jeden Fall, ähm, gewonnen, beziehungsweise ihr könnt das Business automatisieren, und, ähm, Leute deswegen auch anstellen, die das für euch machen, und dann habt ihr einfach die Zeit dafür. Deswegen nochmal, hier einfach, wenn ich den Kurs fertig habe, werde ich euch zeigen, wo ihr euch das, wo ihr euch das kaufen könnt, etc. Und, ähm, ne, da könnt ihr auch sehen, welche Bundesländer, und dann noch die Keywords, was da eingegeben wird, meistens von den Kunden teilweise. Hier kann man auch umschwimmen, sie mal zunehmend, oder top, ne, und dann seht ihr hier nochmal, ähm, das kann man auch, je nach Stadt, kann man auch gehen, in welchen Städten wird der am meisten, okay, München wird am meisten verkauft, weil es halt da ziemlich, äh, ziemlich katholisch zugeht, ne, die CSU, ne, christlich, ähm, das passt aber nicht zu denen, ähm, bin zwar nicht gläubig, aber, äh, wie sie halt handelt, aber eher nach dem soll ja kein politisches Video sein, ähm, so, und dann, wie gesagt, mit dem, mit Themen, könnt ihr einfach genau schnell analysieren, okay, lohnt sich nicht, deswegen, das ist so, äh, auf die Schnelle, ne, und dann, hier könnt ihr das auch teilen, ihr könnt ihr noch die Keywords, sag ich mal, seht ihr die Keywords, was am meisten benutzt wird, natürlich hier, Klobürste, dann Edelstahlbürste, und das könnt ihr in euren Backend, und in euren Bullet Points, etc., immer reintun, damit ihr da auf jeden Fall bessere Conversion habt, äh, Conversion, äh, Conversion habt, ne, auf jeden Fall, so, das war Klobürste, ansonsten gehen wir nochmal zu dem nächsten Nagelöl, wie gesagt, keiner in Deutschland, sei euch Top-Produkte, die ihr sofort an, womit ihr sofort anfangen könnt, von direkt ins Amazon FBA Business starten könnt, deswegen, ich gebe euch einfach mehr Wert, und, ähm, ich würde mich freuen, wenn ihr auf die Klingel, auf die Glocke, äh, auf jeden Fall drückt, damit ihr mal, ihr Bescheid kriegt, weil ich neues Video, da und das Video einfach weiter mit Freunden teilt, und zusammen vielleicht mit euch an Freunden, in Amazon FBA Business einsteigen, und abonniert auf jeden Fall das Kanal, dann seid ihr auf jeden Fall, habt ihr den Vorsprung, gegenüber anderen, die einfach nichts erzählen, ähm, ja, was für euch am, äh, relevantesten ist, und hier einfach Nagelöl, genau das gleiche Spiel, worauf ihr zu achten habt, okay, monatlich Verkäufe, Top 10, auf jeden Fall, ähm, 3000, ähm, und dann, wenn ihr euch tatsächlich, äh, angenommen, das Produkt ist für euch, dann guckt ihr, okay, wie kann ich einsteigen, wenn ich Top 10 sein will, muss ich auf jeden Fall 8 verkaufen, ne, und meine Bewertungen sollten auf jeden Fall über 30, zum Beispiel, dann seht ihr hier, der hat 7 und der hat 81, ne, aber, auf jeden Fall sind es die, tägliche Verkäufe sind halt sehr wichtig, das herauszukriegen, und, ähm, dann könnt ihr genau das analysieren, und dann, was auch wichtig ist, wie viel wiegt das, ne, verlasst euch nicht immer hier drauf, guckt genau auf dem Produkt, weil, ähm, manchmal, da seid ihr auf jeden Fall, äh, Nummer sicher, nehmen wir uns einfach den hier, klicken wir einfach mal da drauf, da war er mit, ähm, da war er mit 0,1, mit 0,1, klicken wir mal drauf, 0,1, also sprich 180 Gramm war er angegeben, bei Jungle Scout, und dann gucken wir einfach mal hier, ähm, sogar weniger, ne, der hat noch, ähm, unter 100, ähm, und das ist wirklich sehr lukrativ, das heißt, im Verschicken, äh, per Flugzeug hat er auf jeden Fall einen Vorteil, es dauert erstens nicht lange, ein paar Tage hat er das Produkt, das Gewicht, äh, spielt hier eine Rolle, es ist kein großes Produkt, es wiegt nicht viel, das heißt, die, ähm, Versandkosten sind auch sehr günstig, wenn er das, ähm, importieren lässt, und, ähm, wie gesagt, ähm, ein weiteres Produkt, wo einfach ihr reinsteigen könnt, denn, ich kann euch die ganzen Produkte zeigen, äh, ähm, tatsächlich, äh, es gibt zwei verschiedene Leute, die Leute, die das Wissen halt aufnehmen, und nichts machen, und die Leute, die das Wissen aufnehmen, und was machen, umsetzen, und darum, die Jungs suche ich, oder die Mädels suche ich, mit denen will ich auch zusammenarbeiten, auch in dem Kurs, dass wir sie halt den Kurs belegen, und einfach, wenn sie es wollen, äh, da halt selbstständig, und, äh, sich finanziell halt unabhängig machen, und, wie gesagt, das ganze Wissen kann ich euch geben, manche sehen das nur, machen nichts, und manche sehen das, und investieren da rein, in den Kurs, in die Softwares, die Vorschläge, etc., und haben damit auch, auch ein Amazon FBA Business, womit sie sich selbstständig machen können, und finanziell unabhängig sind, und nur das machen wir, worauf sie Spaß haben, wie gesagt, das ist, ähm, vorletztes Produkt, und das letzte Produkt ist hier ein Nutfräser-Set, ne, also, ähm, so sieht das ungefähr aus, und da könnt ihr auch so ein Set, und was ihr bei dem verlocken, ist halt, die Preise sind sehr, sehr hoch, das heißt, die Margen werden sehr, sehr hoch, je nachdem, wie viel ihr das Produkt kriegt, ne, das weiß ich jetzt nicht, hab ich jetzt nicht, äh, nachgeschaut, aber, äh, das könnt ihr halt die Hausaufgaben machen, ne, darum geht's, ähm, ihr müsst auch die Hausaufgaben machen, äh, liebe Arbeit, nach den Preisen fragen, etc., dazu werde ich auch einige Videos drehen, ich hatte auch schon einige Videos Vorschläge bekommen, äh, die Jungs wissen Bescheid, ähm, hier dazu noch, und, ähm, da hab ich mir auf jeden Fall vorgenommen, werde ich auch da, äh, die nächsten Videos auch, ähm, zu ein paar anderen Themen bringen, und, wie gesagt, äh, mit dem, was ich jetzt gesagt habe, oder die Produkte gezeigt habe, äh, ist es jetzt genug, da, ähm, werde ich auf jeden Fall in den nächsten Tagen andere Videos drehen, aber, wie gesagt, das ist das seltsame Produkt, und ist wieder ein Bänger mit 7, und, wie gesagt, äh, falls ihr das für 10 Euro oder so kriegt, oder 8 Euro, und eigentlich verkauft das für 94 Euro, wie gesagt, die Margen sind wahnsinnig, könnt ihr auch schon mal sehen, ne, der kriegt net, ne, 93 Euro, 41 Euro, 24, 81, pro Verkauf, ne, dann richtet mal das Rote, seht ihr, deswegen seht ihr, der vermacht 43k, ungefähr, ähm, damit im Monat, und, äh, somit war es für dieses Video, wenn ihr Fragen habt, in die Video, ähm, unten in die Video, ähm, Beschreibung, Beschreibung sag ich, in die Videokommentare, ähm, dort posten, schreiben, oder in der Facebook-Gruppe, da sind auch einige Jungs, ähm, schöne Grüße nochmal, und ansonsten, ich bin auch bei Instagram, könnt ihr mir dort auch folgen, auch dort anschreiben, und, ähm, ja, wie gesagt, teilt das Video, abonniert es, und wir sehen uns, mit dem nächsten Video, beim nächsten Video, sorry, wir sehen uns beim nächsten Video, ciao.